Wir kommen zur ersten Entscheidung des heutigen Abends, zusammen mit der ersten Entscheidung der Achtung des Kreisekörpers. Es steht an, dass die Lage in der grüchten Doppel und dort steht es gegenüber an die Siebel, auf eines der schädlichen Statistischen Morgens und Tages findet uns unser Vierländer, so wie Alexander Tretchen und Eva Maria Meier. Das Spiel wird leitet von Marie Körpers und ihr Assistent Manfred Müller. Paralleles stehen hier beiden Städte in der Einzelnau-Rocke, Damen und Herren. Anfisch 2, Alexander Rasek in den Klinikum Christen. Anfisch 3, Stanis Deirek im Schachtal, Hans. Anfisch 5, Marti Pagaz und Daniel Geissen. Anfisch 10, Benzina gegen Christoph Mader. Und als Letzter auch in dieser Runde, anfisch 11, Zweck der Ordebein gegen Karina Kusamann. Anfisch 3, Stanis Deirek im Schachtal. Vielen Dank.